Hallo, herzlich willkommen im Dirk-Schmidt-Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Persönlichkeiten zu entfalten, damit sie das Beste aus ihrem Leben machen. Und das tue ich entweder auf den Bühnen dieser Welt oder hier in meinem Podcast. Du redest, Thorsten, von einem Überbewusstsein. Wie definierst du das? In der HUNA-Philosophie wird unser Bewusstsein eingeteilt in drei Ebenen. Das hat jetzt nichts zu tun mit Freud oder Jung, die unser Unterbewusstsein, Bewusstsein und Überbewusstsein ebenfalls eingeteilt haben oder unser Bewusstsein generell in drei Ebenen eingeteilt haben. In der HUNA-Philosophie haben die ein bisschen eine andere Bedeutung, aber das sind ja sowieso erfundene Systeme. Also Jung und Freud haben unser Bewusstsein eingeteilt in drei und das war eine Idee. Und genauso ist das bei HUNA ebenfalls eine Idee. Und man muss bei solchen Systemen immer danach schauen, welche Idee funktioniert am besten, welche ist die wirksamste, welche klappt für mich und die nimmst du dann. Und für mich ganz persönlich ist diese Einteilung in der HUNA-Philosophie mit das Nützlichste, was ich bisher gelernt habe. Und es gibt einmal unser Bewusstsein. Das ist unser Verstand. Das ist praktisch der Chef. Das sollte zumindest immer der Chef sein. Die Hauptaufgabe unseres Bewusstseins ist es, unserem Unterbewusstsein Befehle zu geben, die das dann ausführt. Und die Hauptmotivation unseres Verstandes ist Ordnung. Eine Struktur, das finden wir toll. Einen Tagesablauf zu strukturieren, das findet unser Verstand super. Und unser Verstand ist der einzige dieser Teile, der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft kennt. Die anderen beiden kennen nur den Moment. Das Unterbewusstsein dagegen. Das ist erst einmal abhängig vom Bewusstsein für die Sinneseindrücke. Denn nur das Bewusstsein kann hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Und das Unterbewusstsein ist im besten Fall der Diener. Das heißt, das führt die Befehle aus vom Bewusstsein. In unserem Unterbewusstsein ist jede Erinnerung, die wir haben, gespeichert. Jede. Und je nachdem, wie stark die Erinnerung ist, können wir direkt darauf zugreifen. Oder halt, wenn es irgendwas nichts Besonderes war, dann können wir auch nicht mehr darauf zugreifen. Aber es ist noch da. Ich gebe dir ein Beispiel. Denk mal an ein Frühstück heute vor vier Wochen. Dann wirst du sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wäre aber dieses Frühstück jetzt ein besonderer Geburtstag von einem Freund gewesen, dann wüsstest du es noch ganz genau. Aber die Information im Unterbewusstsein, die ist da. Die Hauptmotivation unseres Unterbewusstseins ist es, Freude zu vermehren, Lust zu erhöhen und Schmerz zu vermeiden. Die Hauptfunktion ist es, die Befehle vom Bewusstsein auszuführen. Und da können wir mal eine einfache Übung machen, mit der du rausfindest, wie schnell das geht. Die ist, denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Und geh genau in diesen Moment zurück. Du musst uns das nicht beschreiben, du musst es nur für dich denken. Und das können auch die Zuhörer jetzt genauso für sich machen. Und da sehe ich, du hast was. Geh mal genau in diesen Moment zurück und intensiviere das mal noch. Dieses Gefühl, wie das unangenehm war im Mund. Sehr schön. Und jetzt ändere mal deine Gedanken und denk mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was köstlich war. Vielleicht noch in guter Gesellschaft und es war richtig lecker. Und da sieht man schon, ich meine, wir sind über Zoom nur miteinander verbunden, gerade oder Teams jetzt in dem Fall. Aber man sieht schon sofort, wie sich in dir, in deiner Schulterhaltung und in deinem Gesicht was verändert. Und bei allen, die jetzt mitgemacht haben, die zugehört haben, wird es ähnlich sein. Was war der Unterschied? Einmal bei dem unangenehmen Gedanken hat dein Bewusstsein gesagt, Unterbewusstsein schickt mir mal eine unangenehme Erinnerung. Und es hat es sofort gemacht. Irgendeine, zack, die kam sofort. Und du hast körperlich darauf reagiert. Also bei der unangenehmen Erinnerung haben deine Lippen sich zusammengepresst und die Augen gingen zusammen. Und das war nicht angenehm. Das hat man gesehen. Bei der angenehmen Erinnerung, da gingen die Lippen auf und du hast ja sogar die Lippen so kurz benetzt. Und ich hatte den Eindruck, es war sogar, du wolltest unterschlucken. Also du bist da voll nochmal reingegangen. Das ist die Reaktion unseres Unterbewusstseins auf einen angenehmen Gedanken. Und jetzt siehst du mal, wie schnell das geht. So geben wir ständig Befehle. Körpersprachlich gesehen übrigens, auf einen unangenehmen Gedanken erfolgt Anspannung körperliche. Auf einen angenehmen Gedanken erfolgt Entspannung körperliche. Man kann also auch am Körper erkennen, welche Gedanken, welche Sorte Gedanken ein Mensch gerade hat. Jetzt gibt es noch unser Überbewusstsein. Das ist eine ganz andere Baustelle. Unser Überbewusstsein, im Hawaiianischen nennt man es auch Aumakua oder Kane, wird auch als Schutzengel bezeichnet. Und das ist nicht ganz so leicht, das zu beschreiben wie die anderen beiden. Das hat die Funktion, auf uns aufzupassen. Also wenn du zum Beispiel intuitiv irgendwo Halt machst und dann kommt ein Auto gefahren, was du eigentlich gar nicht gesehen hast. Oder wenn du eine Idee hast und du hast keine Ahnung, woher diese Idee kommt. Und dann ist das unser Überbewusstsein. Und in der hawaiianischen Huna-Philosophie ist in diesem Überbewusstsein nicht nur deine Erinnerung abgelegt und deine Erfahrung. Die sind hauptsächlich im Unterbewusstsein abgelegt. Im Überbewusstsein sind die Erinnerungen auch deiner Vorfahren abgelegt. Und du kannst darauf zugreifen. Das mal nur als Idee. Das kannst du jetzt annehmen oder nicht. Das kann dir zu spirituell sein. Zu eh so oder nicht. Das kannst du für dich entscheiden. Du kannst es aber so oder so nutzen. Ob du jetzt daran glaubst oder nicht, spielt auch keine große Rolle. Du kannst mit beiden in Verbindung treten, indem du mit ihnen sprichst. Also du kannst mit deinem Bewusstsein, deinem Unterbewusstsein zum Beispiel sagen, auch hier sind wir wieder, wenn es dir nicht gut geht, du bist unter Stress, bist nicht gut drauf und hast unternehmerisch Probleme. Oder auch in der Familie, in der Partnerschaft und es geht dir nicht gut. Und du würdest aber gerne in eine andere Resonanz kommen. Dann würdest du gerne anders drauf sein. Eine andere Schwingung, nenne ich es jetzt einfach mal. Eine andere Energie. Dann kannst du sehr wohl eine Übung machen. Die liebe ich über alles. Und die mache ich tatsächlich oft morgens, bevor der Tag bei mir so startet. Die nenne ich Schatzsuche. Und die kannst du jetzt mal gerade für dich machen. Setz dich mal bequem hin. Und auch alle, die jetzt zuhören, setzt euch mal ganz bequem hin. Augen zu oder Augen offen, das entscheidest du. Und jetzt sag einmal zu deinem Unterbewusstsein. Du kannst dir auch nur vorstellen, du würdest es sagen. Das ist dasselbe. Sag mal deinem Unterbewusstsein, liebes Unterbewusstsein, schick mir jetzt mal eine richtig schöne Erinnerung. Aber bitte irgendeine, die ich schon ganz lange nicht mehr hatte. Schick mir mal irgendein tolles Erlebnis in meinem Leben an, das ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Und jetzt warte einfach mal, was kommt. Ist schon da. Und da kommt dann eine. Und es kommt eine, die du vielleicht jetzt in deinem Fall, wie lange hast du schon nicht mehr dran gedacht? Bestimmt vor Corona das letzte Mal. Ich habe gerade so ein Bild von einem Lieblingsplatz auf meiner Lieblingsinsel Fortaventura gehabt, als ich da unter den Palmen am Pudel lag. Ja. Und das ist etwas, das macht ja sofort was mit dir. Weil dieses angenehme Gefühl, ähnlich wie mit dem unangenehmen und angenehmen Essen, diese schöne Erinnerung, die sorgt ja dafür, dass du auch körperlich sofort in eine andere Haltung gehst. Dass du in die Entspannung gehst. Und das ist eines der wichtigsten Prinzipien, wenn unser Geist und unser Körper so eng miteinander zusammenhängen, dann beeinflusst das eine das andere. Das bedeutet, du kannst auch über eine körperliche Entspannung in eine geistige Entspannung kommen. Und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich finde Yoga toll, aber ehrlich gesagt setzt bei mir das Gedankenkarussell da komplett ein, wenn ich ganz still sitze und überhaupt nichts tue. Ich mache lieber irgendwas, um mich zu beschäftigen und um in diesen Zustand zu kommen. Ich spiele dann zum Beispiel lieber Gitarre oder ich mache eine lange Wanderung oder ich höre Musik, ohne dabei aktiv irgendwas zu machen, sondern ich bin dann in diesem Moment drin. Und das alles hat doch nur zum Ziel, dass wir körperlich in die Entspannung kommen. Und in einem entspannten Körper können auch die Gedanken wirklich zur Ruhe kommen. Es ist sogar unmöglich, sich total aufzuregen, ohne dabei körperlich anzuspannen. Und genau so kannst du dein Überbewusstsein anrufen. Du kannst also auch sehr wohl sagen, liebes Überbewusstsein, ich komme hier gerade nicht genau weiter, schick mir doch bitte mal eine Inspiration. Und große Künstler machen das genau so, ohne sich jemals mit der Hunderphilosophie zu beschäftigen. Oder von diesen ganzen Mechanismen irgendwas wie eine Grammatik gelernt zu haben. Die machen das intuitiv. Frag doch mal irgendeinen Musiker, der ein Lied geschrieben hat, wie bist du auf diese Melodie gekommen und woher kommt genau dieses Lied? Da werden die dir sagen, ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Es gab vielleicht einen Auslöser, das und das ist passiert und da hatte ich das im Kopf. Aber woher das kommt, das wissen die alle nicht. Auch Picasso hat mal gesagt, ich suche nicht, ich finde. Das heißt, die Ideen kamen zu ihm und wenn man ihn fragt, woher kommt das, sagen die, weiß ich nicht. Und auch, ich kenne viele Autoren. Und wenn ich die dann frage, wie bist du auf die Idee gekommen zu dem Buch, dann sagen die, ja, da habe ich mal was gelesen. Aber so genau kann ich das jetzt auch nicht erklären. In ganz vielen Fällen. Manchmal kann man es genau erklären und in den meisten Fällen halt eben nicht. Das ist ein Überbewusstsein. Du sagtest, diese Fragestellung, diese Kommunikation mit uns selbst, die führst du oft aus. Redest du da laut oder leise mit dir? Es geht beides. Okay. Es gibt Momente, da spreche ich das laut aus. Natürlich nur dann, wenn ich den Eindruck habe, das ist nicht irgendwie peinlich oder komisch, weil da wäre ja schon wieder Anspannung drin. Da werde der Körper anspannen, da bist du schon wieder raus. Aber generell unterschätzen wir, glaube ich, was nur gedachte Worte auch mit uns machen können oder sogar in der Beziehung machen können. Also wir haben zum Beispiel in unserer Kultur inzwischen, haben wir es meines Erachtens verlernt, anderen aufrichtig zu danken oder aufrichtig Komplimente zu machen. Und wie komisch wäre das, wenn du jetzt zum Beispiel nach unserem Gespräch zu deiner Partnerin oder deinem Partner gehst und sagst, ich mag dich wahnsinnig gern. Dann würde der wahrscheinlich denken oder die, irgendwas stimmt nicht. Ist er fremdgegangen? Das wäre so der erste Gedanke dann, ja. Ja, ich habe mal in einem Seminar, habe ich die Seminarteilnehmer, für die habe ich Rosen besorgt und habe gesagt, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt, dann gebt mal eurem Partner, Partnerin die Rose und am nächsten Morgen erzählt mal, was passiert ist. Und die haben gesagt, eh, unsere Partner, die haben alle gedacht, ich hätte irgendwas ausgefressen. Da dachte ich mir, aha, mach dir mal Gedanken drum. Vielleicht solltest du ab und zu einfach mal so Blumen mitbringen, ist ja auch was Schönes. Aber um deine Frage zu beantworten, auch hier dank mal deinem Partner oder deinem Mitarbeiter. Oder deinem Chef oder deinem Geschäftspartner oder deinem guten Kunden nur in Gedanken dafür, dass er gerade etwas für dich tut oder dass er bei dir einkauft und nicht woanders oder dass er für dich da ist. Und in der Partnerschaft, dank doch einfach mal deinem Partner, nicht laut ausgesprochen, sondern nur in Gedanken. Und du wirst sehen, da wird ganz viel passieren. Dasselbe funktioniert übrigens auch mit Kritik in Gedanken. Wenn du dich über jeden Scheiß aufregst, über jede nicht ausgedrückte Zahnpastatube, jede Tasse, die nicht in die Spülmaschine genauso eingeräumt ist, wie du das gerne hättest oder jeden Fussel, der irgendwo rumliegt und der weggemacht werden könnte, dann macht das ebenfalls was. Auch wenn du es nur in Gedanken aussprichst und es transportiert sich. Weil wir sind sehr gut da drin, Nuancen in unserem Gegenüber wahrzunehmen und das ist für mich auch das Nächste an Gedankenübertragung. Das kommt ganz nah da dran. Das bedeutet, ob wir etwas laut aussprechen oder nicht, ist tatsächlich sekundär. Das ist ja schon ein bisschen so das Gesetz der Resonanz, oder? Ja, natürlich, das ist ja Resonanz. Es gibt einen schönen Grundsatz und der lautet, die Frequenz erzeugt die Form. Und die Frequenz erzeugt die Form bedeutet die Frequenz deiner Gedanken. Und Frequenz sage ich jetzt nur in Ermangelung eines besseren Wortes. Mir fällt gerade kein besseres ein. Man könnte natürlich sagen, die Qualität deiner Gedanken, die Richtung deiner Gedanken, die Energie deiner Gedanken. Man kann es halt nur schwer beschreiben. Deshalb finde ich die Frequenz passend. Die Frequenz deiner Gedanken erzeugt die Form. Und bei Eckart Tolle steht so schön das Beispiel, das kennst du vielleicht auch. Wenn ich dich fragen darf, wo kommst du denn her aus dem Saarland eigentlich? Saarbrücken. Aus Saarbrücken, ja, ich ja auch. Ich bin in Saarbrücken geboren, habe dann in Riegelsberg gewohnt, kleiner Ort, und habe dann aber nachher in Saarlouis gewohnt. Und alles Orte, die man eigentlich nicht kennt, wenn man von da nicht kommt. Aber schön, ich habe da wahnsinnig gerne gewohnt. Jedenfalls in Saarbrücken, kann ich mich erinnern, gab es auch einen Typen, als ich Jugendlicher war, der rumgerannt ist und ständig irgendwelches wirres Zeug geredet hat. Der ist immer am St. Johannermarkt rumgerannt, der hatte einen Hund und der hat wirr geredet. Das war so ein Verrückter, wir haben gesagt, so ein Bekloppter halt. Und Eckart Tolle beschreibt genau diese Typen in seinem Buch jetzt und sagt, wir alle kennen solche Leute, die rumrennen und wirres Zeug reden. Hier in München auch sitzt oft einer in der S-Bahn, in der ich sitze und redet die ganze Zeit wirres Zeug. Und wir gucken die an und denken, der ist bekloppt. Und Tolle sagt, der einzige Unterschied zwischen diesem Typen, der da sitzt und dir, ist der, dass derjenige alles ausspricht, was ihm gerade in den Kopf kommt und du nicht. Und das war für mich so ein Moment, habe ich gelesen und dachte mir, stimmt, unsere Gedanken sind ja genau so. Die sind wirr, die sind nicht zusammenhängend. Oft kommen welche, die können wir gar nicht gebrauchen. Oft kommt irgendwas, wo du dir denkst, um Gottes Willen, wenn ich das laut aussprechen würde, was würden die Leute von mir denken. Also ganz komische Sachen kommen da manchmal. Und ich denke, wir können dem gut, oder jetzt habe ich den Punkt verloren, was war denn, wie bin ich auf diesen Typen gekommen? Mit dem laut oder leise reden, wenn wir mit uns kommunizieren. Ganz genau, die Frequenz erzeugt die Form, da sind wir dann hingekommen. Dass wir sagen, unsere Gedanken, also mit diesem Wirren im Kopf, unsere Gedanken sind ja gar nicht frei. Also uns sitzt jemand gegenüber und sofort fangen wir an zu werten. Dack, 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 finde ich hübsch, finde ich hässlich, mag ich, mag ich nicht, gut angezogen, schlecht angezogen, saubere Schuhe, nicht saubere Schuhe, egal was es ist, wir fangen sofort an. Und wir können da gar nichts dafür. Was wir aber immer beeinflussen können, ist, wohin geht der Fokus in dem Moment? Also gebe ich einem Gedanken, der kommt, gebe ich dem mehr Raum, gehe ich dem noch nach, grübele ich da weiter drüber oder sage ich, oh, das ist auch ein interessanter Gedanke, aber da drüben, da steht eine schöne Blume oder ich gucke mir ein Foto an von jemandem, den ich gerne mag. Das heißt nicht, dass man versucht, den Gedanken wegzudrängen, ganz im Gegenteil, dann kommt er, umso stärkerer Wucht kommt er nochmal, sondern zu sagen, oh, auch ein interessanter Gedanke. Aber, weißt du was, ich gebe dir jetzt nicht mehr Raum, ich widme mich dem und dann widme dich irgendetwas, tu etwas, komm ins Handeln. Dadurch wird dein Fokus sich automatisch verändern. Also auch hier wieder über die Handlung in den anderen Fokus kommen. Ja, das finde ich spannend. Wie viel Prozent unserer Gedanken bestimmen denn unser Verhalten oder wie viel Prozent unseres Verhalten werden durch die Gedanken bestimmt? Das kann ich jetzt so nicht messen, das weiß ich nicht. Ich habe mal gelesen, dass Forscher herausgefunden haben, dass wir 80.000 Gedanken pro Tag denken. Da wüsste ich ja unheimlich gerne mal, wie man sowas rausfindet oder was die Definition ist, aber ich nehme das einfach mal hin. Und das von diesen 80.000 Gedanken aber 60.000 alter Kram wären, den wir jeden Tag immer wieder denken. Und anderer Autor, von dem ich ein Buch gelesen habe, das mich sehr berührt hat, war Feuer im Herzen, heißt es, von Depak Chopra. Sehr gut. Und das ist eine Geschichte. Also die Sachbücher von Depak Chopra habe ich gar nicht gelesen, aber dieses eine, dieses Feuer im Herzen, das habe ich gelesen, ist im Diogenes Verlag erschienen. Und da sagt der Meister zu seinem Schüler, also deine Gedanken sind wie ein Gebäude, das du baust. Und du hast jeden Tag eine gewisse Anzahl von Steinen und du kannst mit diesen Steinen natürlich einen Schrottplatz bauen oder du kannst einfach liegen lassen. Und du kannst einen schönen Palast draus bauen und hast du jeden Tag eine neue Chance dazu. Und das in Verbindung mit diesen 80.000 Gedanken. Ja, na klar. Ich meine, es gibt Gedanken, die sind automatisiert. Du stehst morgens auf, dann hast du deine Morgenroutine und so weiter und so fort. Aber auch hier kannst du mal, indem du einfach was ganz anderes machst, kannst du auf neue Gedanken kommen. Und wenn es nur ist, trink mal keinen Tee, sondern Kaffee. Oder umgekehrt, trink mal einen Kaffee oder keinen Tee. Oder iss was anderes. Oder putze die Zähne mit der anderen Hand. Tatsächlich so einfache Dinge können das sein. Nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit. Nimm mal eine S-Bahn früher oder eine S-Bahn später, wenn das geht. Oder fahr mal mit dem Bus oder fahr mal mit dem Fahrrad. Du weißt, was ich meine. Irgendwelche Kleinigkeiten anders machen. Und das sorgt dafür, dass du andere Dinge erlebst. Und da es keine Grenzen gibt zwischen uns und unserem Umfeld, beeinflussen ja nicht nur wir unser Umfeld, sondern unser Umfeld beeinflusst ja auch maßgeblich uns. Und dann wirst du auf andere Gedanken kommen. Und andere Gedanken erzeugen wiederum andere Emotionen. Und darum geht es. Andere Gedanken, andere Emotionen, andere Handlungen. Die Frequenz erzeugt die Form. Das Blödeste, was du machen kannst, immer deinen alten Scheiß weiterzumachen in derselben Routine und zu erwarten, dass sich irgendwas ändert. Da wird gar nichts passieren. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Radiosender einstellst und du würdest gerne Rock-Pop-Musik hören. Da kommt aber Schlager raus. Und du regst dich die ganze Zeit drüber auf, dass da Schlager rauskommt und du lieber was anderes hören würdest, anstatt an dem Rädchen zu drehen, wo ein neuer Sender eingestellt wird. Das ist für mich die Frequenz, erzeugt die Form. Und es gibt noch einen Grundsatz der HUNA-Philosophie. Das ist der Dritte. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, das, wo du ganz viel Aufmerksamkeit reingibst, davon siehst du mehr, davon ziehst du mehr an. Damit gehst du in Resonanz. Das ist für mich dieses Resonanz-Thema. Und das wird natürlich dein Erleben maßgeblich beeinflussen. Das heißt überhaupt nicht, dass man unangenehme Dinge ausblendet. Weil im Leben passieren halt nur mal unangenehme Dinge. Das gehört zum Leben einfach mit dazu. Wir leben in einer polaren Welt. Da gibt es hell und dunkel. Das ist so. Aber man muss natürlich aufpassen, was das mit einem macht. Und eine sehr gute Idee, was das betrifft, hat mir einer meiner Mentoren, der Serge King, gegeben. Serge King ist ein Meister der HUNA-Philosophie, ein sogenannter Kahuna, bei dem ich Kurse gemacht habe hier in Starnberg und auch zweimal auf Hawaii selbst bei ihm gelernt habe. Und in diesen Kursen kam immer wieder die Frage, was machst du mit den Medien? Was machst du mit den Nachrichten? Wir schauen schon gar nicht mehr. Es ist alles so schlimm. Dann hat er gesagt, ja, das könnt ihr machen. Er für sich hat entschieden, weiterhin Nachrichten sich anzuschauen, weil er neugierig ist, was in der Welt so ist. Und er sagt, es ist beides in Ordnung. Aber er macht Folgendes. Er schaut Nachrichten. Und danach ändert er aber im Kopf, also er beendet die Nachricht nicht da, wo sie böse aufhört, sondern er stellt sich ein gutes Ende für sich vor. Er stellt sich vor, wie es ausgeht, wie er es gerne hätte. Und natürlich ändert das nichts an der Sache. Also wenn wir heute Nachrichten schauen und wir sehen, was in irgendwelchen Teilen der Welt los ist, was uns nicht gefällt und wir ändern das in unseren Gedanken, dann wird das alleine erstmal nichts ändern. Aber es ändert dich. Und jetzt gehen wir doch mal auf ein anderes Prinzip noch. Je mehr Menschen von einer Idee überzeugt sind, desto stärkere Tendenz hat diese Idee, sich zu realisieren. Das hat auch was mit Resonanz zu tun. Je mehr Menschen mit etwas in Resonanz gehen, desto stärker wird das. Und der Yuval Harari schreibt in seinem Buch eine kurze Geschichte der Menschheit so wunderbar, dass jedes große Unternehmen nur eine Idee ist, wo sich ganz viele Menschen darauf geeinigt haben, dass diese Idee stimmt. Er sagt zum Beispiel Daimler. Das gibt es in der Form so gar nicht. Also wenn nicht alle Menschen sagen würden, ich arbeite für diese Idee, dann würden die keine Autos herstellen können. Aber alle sagen, okay, das gibt es, das sehe ich ja auch. Ich nehme diese Idee als wahr und arbeite dafür und dadurch funktioniert es dann. Das heißt, letzten Endes sind das alles Ideen, auf die wir uns geeinigt haben. Und je mehr Menschen von einer solchen Idee überzeugt sind, desto stärker hat sie die Tendenz, sich zu realisieren. Und jetzt bleiben wir doch mal bei dem kleinen Beispiel, die Nachrichten zu ändern. Nehmen wir doch mal an, alle Menschen, die einen Einfluss darauf haben, würden sich darauf konzentrieren, wie sie es gerne ändern würden und wie es für sie besser sein könnte. Dann würde sich ganz schnell was ändern. Von daher ist auch dieser scheinbar flapsige Ratschlag, Dinge im Kopf so zu ändern, wie du sie gerne hättest, wenn man das auf eine andere Ebene hebt, überhaupt gar nicht so flapsig. Weil wenn viele Menschen das machen würden, dann wird vielleicht eine Kleinigkeit ins Rollen kommen. Und dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und das hat man doch schon gesehen bei Mutter Teresa oder bei Gandhi, dass das unglaublich starke Formen annehmen kann. In jede Richtung. In die positive, wie auch in die negative. Absolut. Wenn jeder vor seiner Haustür kehrt, ist die Welt sauber. Da gibt es doch diesen schönen Spruch. Ja, und auch all dieses Harmonie herstellen. Also das ist übrigens auch das Ziel jeder Aktion in Huna, ist es, Harmonie herzustellen. Und Harmonie nicht im Sinne von, alles ist schön, alles ist gut, alles ist friedlich, sondern auch manchmal im Sinne von, hier muss mal Feuer rein, hier muss erst was getan werden, hier sollten wir jetzt für kämpfen. Die Frage ist immer nur, kämpfst du für etwas oder kämpfst du gegen etwas? Und die Art und Weise, wie ich das gelernt habe, habe ich mir vorgenommen, ich möchte für die Dinge kämpfen. Dann gehst du anders ran, aber das Ergebnis ist natürlich dasselbe, wenn du es richtig machst. Und wir können doch nur Harmonie herstellen in unserem Umfeld. Also du kannst jetzt mit diesem Podcast zum Beispiel viele Leute erreichen, klar. Aber das ist doch schon was. Und richtig Einfluss nehmen kannst du natürlich im Bereich deiner Familie, im Bereich deiner Arbeitskollegen, im Bereich deiner Freunde. Und wenn da schon was passiert, wenn da schon eine gute Harmonie ist, dann wird das weiter nach außen getragen. Und dann ist das wie ein Netz. Und alles, was in diesem Netz passiert, betrifft praktisch alle. Und du kannst deinen kleinen Bereich, da allerdings hast du Kontrolle drüber. Da sind wir wieder bei dem Überbewusstsein, dass alles miteinander verbunden ist auf dieser schönen Welt. Richtig. Das wäre Überbewusstsein, genau. Lieber Thorsten, ich habe gelesen auf deiner Webseite, du gehst wieder auf Tour. Ja, wir haben jetzt eine Vorpremiere schon gespielt. Die zweite ist in zwei Wochen und das wird eine tolle Tour. Ich habe ja schon einige Vorpremieren gehabt. Noch keine ist so gut gelaufen wie die erste jetzt hier. Es ist ein sehr schönes Programm geworden. Sehr verblüffend, sehr rätselhaft, sehr mysteriös. Deshalb will ich auch gar nicht so viel über den Inhalt erzählen, weil das lebt natürlich von der Überraschung und vom Geheimnis. Ich kann nur so viel sagen, in diesem Programm, das heißt Gedankenleser, geht es um die Geheimnisse unseres menschlichen Geistes und wie man sie anwenden kann. Sehr schön. Wo finden wir denn die Termine von dir? Du findest generell alles, was ich mache, also auch das Mind-Mentoring, die Workshops, alles, was ich so anbiete, findest du auf meiner Website torsten-havener.com, torsten mit th, havener mit v, torsten-havener.com und da findest du alle Informationen, die für dich in irgendeiner Form wichtig sein können. Alles, was ich mache, die Bücher, die Audioprogramme, die Internet-Mentorings, die Workshops, die Tour, du findest dort alles. Okay, dann schaue ich mal nach, vielleicht sehen wir uns. Ich habe auch gesehen, du bist im Saarland in Neunkirchen im März. Richtig. Mit deinem Programm und in Düsseldorf im Savoy-Theater. Ganz genau. Das sind beides Orte, wo ich jetzt die letzten 17 Jahre oft und immer wieder war und das ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist wunderbar. Also ich freue mich natürlich auf Neunkirchen, auf die alte Heimat und auf Düsseldorf freue ich mich, weil da hatte ich bislang auch wirklich wunderschöne Auftritte und das Savoy-Theater ist ja auch einfach wunderbar. Ich mag das Team dort wahnsinnig gern. Ich mag Düsseldorf wahnsinnig gern. Es ist echt schön, dass das jetzt wieder Formen annimmt. Da werden wir uns sehen, wir zwei beide. Ich freue mich drauf. Dann lieben Dank für das sehr inspirierende und nachhaltige Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir eine glückliche, erfolgreiche und zufriedene Zeit. Dankeschön, ebenfalls. Ich stelle dir die Daumen, dass die Tournee ausverkauft ist. Sieht sehr gut aus im Moment. Sieht gut danach aus. Dann danke für dein Interesse und ich freue mich, wenn wir uns dann in Düsseldorf, hast du gesagt, kommst du vorbei, wenn wir uns in Düsseldorf oder Neunkirchen einfach mal persönlich die Hand drücken. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Ciao. Ciao. Schön, dass du reingehört hast in meinen Podcast Impulse für deinen Erfolg. Und es gibt noch was Kostenloses für dich. Unter www.dirkschmidt.com Flash Bonus findest du spannendes und wertvolles Bonusmaterial. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode Impulse für deinen Erfolg wieder dabei bist. woods auch Mount dümmet kannst du fahren relationships rolle